Moin moin und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zwar heute mit einem kleinen Böller Video und zwar in Fireworks Mania wie man es kennt man kann das Zeug jetzt nicht am untermehrt ballern deswegen machen wir es einfach in Fireworks Mania wir tun die Vorfolge ein bisschen pushen die Leute die Feuerwerk mögen und an Silvester auch rumböllern so wie ich ich freue mich schon tierisch und deswegen mache ich einfach so ein Feuerwerks Video ich kann ein paar Teile aber vielleicht rausbringen jetzt jedes Wochenende so ein Feuerwerks Video mit anderen Batterien, Raketen, Böllern also ihr könnt gerne schreiben ich kann hier noch rumböllern Batterien habe ich zählige oh das kenne ich nicht und ja ich habe euch ein bisschen was rausgesucht von Pyroland zum Beispiel haben wir hier was Discounter Batterien also Pyroland ist jetzt ein Online-Shop dann einmal Discounter aus dem Discountern das sind ein paar polnische Bilder vielleicht ein paar Bombenrohr, Raketen also wir haben eine kleine bunte Mischung habe ich uns zusammengestellt und ja wir fangen mal klein an würde ich sagen nicht wundern ich bin leicht erkältet also ja bin immer hier oh ist der nie glücklich oh der hat schon gedruckt der hatte schon gedruckt ich steigern jetzt machen wir hier dumm alles klar der hat schon richtig reingeschertet oh jetzt werden wir immer größer mal gucken wie der ist ey der hatte Druck aber der hatte mächtig Druck machen wir den hier und dann zum Schluss machen wir die zu mir passen hat der Vorbeiner? ja hey sogar mit Rau das ist ja was hätte ich hinstellen müssen eieieieiei was für ein Schall ich sagen wir mal hier so ein paar Raketen so stehen jetzt alle wir fangen einfach mal mit Goldregen mit Silberspitzen an mit der hier sind alles verschiedene deswegen sind nicht alle verschiedene und wir gucken uns den Effekt an oh schöner Aufstieg uiieieieie ja die Silberspitzen sind da gewesen naja was haben wir jetzt Blütenregen rot blau let's go flieg hoch mit dir flieg hoch mit dir flieg hoch mit dir auch an der Aufstieg geil oh ja oh 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 das sah auch schön aus grün was grün Blinkerbund let's go die grün Blinkerbund genau wieder Goldaufstieg genau wieder Goldaufstieg gut Standzeit die Blinker so dann haben wir Kor Korollerweide grün Blinker Korollerweide Korollerweide hm ey die ist so schräg gestartet aaaah uuh och das sieht gut aus und zu guter Letzt Brokartbund ich bin mal gespannt Brokartbund dann will ich den Zählerjäger jetzt nachher sehen oh ja ja doch bunt bunt ein bisschen an den Spitzen so dann machen wir mal hier so Bomber ein bisschen weiter weg die Raketen ich will ja nicht dass die hier hoch angehen und los geht das erste Big Shot in Gelb Bunt joa mit paar Blinkern dann machen wir mal jetzt den grünen Big Shot von Explode die sind drei von Explode wow der hatte grün hat man auf jeden Fall gesehen und jetzt den roten stehen im Qualen oh der hatte Blinker mit ein bisschen rot ja lässt sich doch sehen den will ich nicht ich will hier den Vulkan nehmen wir uns was höheres so ne Tonne ja mit Crackling der müsste jetzt grösser der müsste jetzt grösser glösser werden ja systemlichen Teil alles rauskommt der krass krass krasses Teil so was haben wir dann noch nehmen wir mal das Ding hier das ist schon etwas größer mit zwei Leger am Himmel das ist vom YouTuber Fireworks & Balloons könnt ihr auch vorbeischauen ist mega geil das Teil von Pyroland ha richtig geil und richtig schön so dann machen wir mal jetzt dumm bumm im Goose und weg das Ding der hat schon richtig gescherbelt dann machen wir mal jetzt zu guter letztes screen den will ich hier hoch stellen der hat schon richtig gefetzt so machen wir mal jetzt die Raketen und dann kommen wir zu den drei Batterien und dann kommen wir zu den drei Batterien von Zink von der Marke Zink von der Marke Zink pwech eine Standzeit er das kochs ja gar nix ausdenken schönen aufstieg immer wir haben jetzt von wiko die nautilus stellen wir mal hier hin ich würde schon sagen kann es in der regel oder damit viele alles ist es ging schon die gibt es im deal dass wir sie ganz genau die batterie für 1290 also jetzt auch am servesterverkauf wirklich und ich habe sie bloß noch nie gehabt ich habe ich so dieses jahr ich habe richtig schön zerlegt und richtig schön aufstieg hier so ja die war schon ganz angenehm jetzt von pyroland die nein nicht wegschmeißen braut und laut schauen ob sie laut ist unsere braut und laut auf jeden Fall gold mit ja und das war der abschluss die war mega und wenn ihr noch mehr vorfreude videos sehen wollt lasst einen daumen nach oben da und ein abo das würde mich freuen oder nur ein daumen das freut mich auch und bleibt an mir gesund wir kommen immer näher zu weihnachten und dem jahreswechsel und wir sehen uns beim nächsten video wieder haut rein auf jeden pal Untertitelung des ZDF, 2020